Viele erinnern sich noch an die altmodischen VHS-Kassetten und auch wenn man heute eher auf Blu-Ray setzt, gibt es durchaus noch Sammler, die für ausgewählte Werke ein halbes Vermögen zahlen. Wenn du auch ein verrückter Disney-Fan warst, solltest du deine Sammlung lieber nochmal genauer anschauen, denn mit etwas Glück lässt sich mit den alten Filmen noch richtig viel Zaster machen. Habt ihr beispielsweise den Walt Disney-Klassiker Dumbo bei euch im Regal stehen, schaut euch die Kassette genauer an. Findet ihr die berühmte Walt Disney-Signatur und das grüne Markenzeichen, könnt ihr dieses Sammelwerk für bis zu 3000 Euro verkaufen. Auch Aladdin-Liebhaber greifen gern tief in die Tasche. Für die beliebte Black Diamond-Kopie wird bis zu 10.000 Euro gezahlt. Auch bei Aschenputtel sind die Black Diamond-Versionen sehr beliebt. Wer sich nicht sicher ist, was seine Kassetten noch wert sind, der kann auch ganz einfach bei Auktionshäusern wie Ebay vorbeischauen. Dort werden im Sekundentakt neue Sammelstücke eingestellt.